ich habe erfahren wie mein bruder aufgeklärt wurde das wusste ich nämlich nicht von der caroline auf der rückbank wir sind irgendwo hingefahren zu dritt vater ist gefahren und wir saßen auf der rückbank als kiddies so und ich war auch viel zu klein um aufgeklärt zu werden habe aber die wichtigen fragen gestellt und dann hat die caroline einfach beantwortet und unser vater ist auto gefahren hat und dann habe ich doch den vater verstimmt das so funktioniert das baby machen und dann hat der vater rückspiel gesagt ja die hat recht